hallo guten morgen es ist 3 uhr 23 ich mache halt doch noch schnell ein Guild War Video bevor ich in die Arbeit fahre hier machen wir mit Lucian das machen wir mit dem da oben das machen wir mit Glück probieren mit mit resistance leader mal schauen naja hmm kommt mal wieder drüllen so Pro Pro Stun Stun und toll wieder drüllen zumindest war ja auch Glück ein bisschen das ist schon Wahnsinn einfach mal aus allen Stunts rausgeproppt gerade aha puh wenn sie auch jetzt meine meine Siara gekillt hätte wäre hier schon ein Problem mh aber dann hätten wir nicht genug Damage gehabt irgendetwas zu killen so nochmal Siara Bomben detonaten und killen tjo und dann wäre da nur noch Iris so ich hoffe das killt jetzt aber ich glaube fast gar nicht aber doch und wir mit der Tech Buff oh Gott super fuck das ist behindert Amp ohne Attack Buff okay können wir trotzdem noch killen jo ein Glück der Snave ist verkackt he zweimal sogar schon oh mein Gott ich glaube wir gewinnen trotzdem nicht nein dies bis dann auch noch kann Lucian Damage oh mein Gott shit hätte er was den Triton sogar mal halbwegs schnell ähm ja machen wir ihn äh was machen wir da unten nehmen wir Wusa Jean und Winterpendon würde ich sagen und da oben und da oben jo jetzt ist mein Glück nochmal versuchen mit Resistance Leader ne warum nicht aber wenn sie irgendwie Siara Bomben dann jo okay schonmal Strip Resisted hmm hmm jetzt vermutlich nicht killen aber ich mach das Autsch 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 Toll so sowohl zum Resistance Leader hier aber okay Kim O'Rion ich werde jetzt oh shit okay so so da sieht man sich in der Resistance Lead so da sieht man sich in der Resistance Lead ist das nein 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 nicht nicht ein paar Heals mehr mehr so k und corn censure ok ich dachte Gene kommt er kann nicht defense breaken da müssen wir Perna noch mal killen es progt nicht mal der defense break bitte so resist und dann ich bin echt enttäuscht vom Windpender irgendwie ganz ehrlich irgendwann muss ich mal mal schauen ob ich ihm wirklich mehr damage gebe na gut ja nein 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 hm wirklich beim letzten Mal aussehen gemacht ne das macht nix hm ähm weißt du was das buch machen wir mal wieder sowas und Frauen ist zwar ein bisschen behindert aber machen wir es trotzdem und was machen wir da oben hm 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 komm ich gebe ihm Pendel nochmal eine Chance hab ich damals nicht auch irgendwie so ein Team benutzt keine ahnung keine ahnung und was passt da noch dazu ne 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 Oh, noch ein Enderöl ist ja, ist ja glaube ich egal, selbst ein Enderöl, glaube ich, krepiert, schaffen wir das easy. Das sage ich jetzt einfach mal. Okay. So, dann gehen wir gleich in Wohlung und ich würde sagen, wir heilen trotzdem direkt. Tja, Seraph hat uns auch gerade geheilt mit seinem Armageddon und sich eigentlich gerade selbst gekillt wieder. Na, ist lieb, aber leider auch. Autsch. Dings der Boomstead auf Vaio, äh nicht auf Vaio, auf Vampire meine ich. Aber hier, Monkeys auf Steroiden. So, Steroiden. Nigung EI ist so smart hier, er bufft wirklich, glaube ich, immer. Echt schlimm. Aber macht nix. So, Iris got killed, wiedergekommen und wiedergekilled. Done. So, wir cleansen. Dann gibt's noch mehr Rundes Done. Naja, ganz okay. Und dafür, dass es mittlerweile 3.34 Uhr ist, auch nicht so übel. Ich muss in die Arbeit. Gute Nacht.